Musik Unser Ziel ist es, verborgene Geschichten sichtbar zu machen. Museum 4.0 ist ein Zusammenschluss aus Museen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, digitale Vermittlungstools für das Museum der Zukunft zu entwickeln. Das Besondere ist, dass wir mit Augmented Reality Elementen arbeiten und eben besonders niedrigschwellig das Ganze für unsere BesucherInnen anbieten können. Der Gedanke hinter diesen drei unterschiedlichen Standorten ist, dass wir jetzt eine technische Lösung entwickeln, die aber inhaltlich auf ganz viele unterschiedliche Museumstypen adaptierbar sein soll. Ein Beispiel hier in Meufsee ist, dass wir zeigen können, wie es ausgesehen hat, wenn die Öfen in Betrieb sind und wenn das ganze Haus verräuchert ist und die Schinken an der Decke hängen. In Rendsburg ist uns wichtig, das Jüdische Museum und die ehemalige Synagoge zugänglicher zu gestalten. Und wir haben vor, mit einem Hotspot, der sich auf der Straße schon befindet, den Menschen zu ermöglichen, hinter die Fassade zu schauen. Der Barockgarten, wie er sich heute auf der Schlossinsel befindet, ist eine Rekonstruktion. Viele wichtige Teile dieser barocken Gartenkultur sind heute nicht mehr erhalten. Und da geht es darum, Augmented Reality zu nutzen, um die ursprünglichen Ausmaße des Gartens sichtbar zu machen. Ich hoffe, dass wir in Zukunft tolle Hybridformate in Museen schaffen können, dass wir Digitales und Analoges miteinander verbinden und dass wir so Ausstellungsinhalte immer weiter zugänglich machen können. das